malzeit mädels es regnet wie saub ich wollte eigentlich heute den smart folieren aber es ist zu kalt sonst muss ich das morgen mit dem gasofen so ein bisschen machen wie gesagt hier ist die folie hochgekommen habe ich den besitzer war auch gesagt nicht an allen stellen also das heißt für mich noch mal runter alles schön sauber machen nicht so doll füllen nicht dass das so doll auf spannung kommt ich habe eigentlich auch nicht viel aber wie gesagt eine ebay folie kann passieren brauchen wir auch nicht verstecken so was habe ich jetzt eben kurz in der regen zeit gemacht genau ich habe meine front vor weggenommen kommt da irgendjemand das ist am regen wie hulle ok sind auf jeden fall nicht für mich die jungs ich habe vorne die schnuchel noch mal weggenommen weil hier ist der rest lüfter vom vr hier sind ja auch welche lüfter drin hier ist ein einfacher drin das waren doppel lüfter die liegen jetzt hier die habe ich raus gebaut weil wie gesagt so wenig platz hatte mit der ansaugbrücke und jetzt habe ich umgebaut auf motorsport spar lüfter und gerade dabei die fest zu schrauben mit dem ganzen gedöns hier was dazu gehört und dann werde ich das in die front die ich natürlich schön ausgeflext habe einmal in der runde schön platz gemacht kommt die ganze geschichte dort wieder rein wir haben mehr platz und diese ganze geschichte passt 1000 mal besser ich muss hier auch noch einen schlauch bauen der darunter geht ich muss noch ein hühnerdraht in kasten machen nicht da der mit dem filter ansaugt oder sonst was ja hier habe ich leider nur die möglichkeit den mit zwei fest zu machen das wird auch erst mal so gehen weil die sind bombenfest ich habe das hier mit so bauschrauben gemacht und dann noch selbst sich eine schraube oben drauf nehmen wir noch nachziehen hier mache ich jetzt hier noch einen hin immer gegenüber liegend dann verkabel ich die aneinander und dann kann die maschine richtig losgehen ja das erst mal so der plan jetzt hier ja ich habe einige abstimmer gefragt wegen emu steuergerät jungs ich bin ganz ehrlich die wollen allen heiden kohle dafür haben bei mir ist das jetzt mal der zweite die zweite emu vorher hatte ich mal eine emu black im golf 1 zum beispiel habe ich mich aber nie wirklich mit beschäftigt das hatte ich ausgebaut und verkauft weil ich der meinung war ich will wieder alte schule haben so jetzt habe ich das ding genommen da ist mir auch eine emu drin der motor läuft auch schon aber jetzt will ich natürlich eine perfekte abstimmung haben und ja jetzt gehen die probleme los weil die ganzen abstimmer weit immer über 1000 euro haben wollen für sowas bin ich ganz ehrlich ist mir viel zu viel werde ich nicht machen wie ihr sehen könnt habe ich option b ich habe keine emu mehr da drin ich habe meine eben weg geschickt zu einem spezialisten der mir diese emu ja erstmal frei macht sag ich das mal so der macht mir die frei mit einem mit einem mit einem mit einer feil drauf wo ich selber drauf aufbauen könnte und wie auch immer wie gesagt ich habe das ding gerade verpackt das geht ding geht weg die gockel abstimmung die da drauf ist ist dann futschi kato und dann kriegen wir erstmal was anderes und dann gucken wir das wieder selber dran rumfummeln und rumfingern und wichtig ist halt für mich dass ich eine basis map drauf habe dass der wagen läuft und fährt und dass ich die restlichen einstellungen auch sag ich mal selber machen kann mich selber da ein bisschen dran rumprobiere und wenn der motor in arsch ist dann ist ja halt ein arsch so wird das sein oder auch immer keine ahnung also die abstimmung die ich darauf kriegt die er mir darauf feiert die ist schon krank aber für mich war halt wichtig jungs könnt ihr das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen man geht los man kauft sich was weiß ich nicht für 1300 euro so eine so ein emu steuergerät was dann hier reinkommt und wird das alles verkabelt und alles auf dem display und das ist auch alles schön und ist auch alles geil so dann kommt aber die problematik du kaufst das ding für so viel geld so und dann willst du mal auf deine emu selber zugreifen kannst du aber nicht weil die dinge alle passwort geschützt sind da heißt du gibst tausende von euros aus fährst zum tuner bezahlt dort auch noch mal tausende von euros dass er dir die kiste abstimmt und wozu kauft man sich ein frei programmierbare steuergerät damit ich das frei programmierbar oder oder frei programmieren kann also ist meine meinung dazu damit ich das der kunde der das kauft frei programmieren kann so dass der tuner da seine software schützen will das verstehe ich aber alle anderen tools sowie das bluetooth modul du bist immer wieder auf dein tuner angewiesen weil der muss sein passwort eingeben dann ist die im us auf und dann kannst du irgendwelche einstellung parameter weiß ich nicht zusatz anzeigen freischalten und 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 finde ich mega kacke bin ich ganz ehrlich und das ist auch der grund warum ich gesagt habe lösch oder crack oder keine ahnung macht damit was du willst macht das ding komplett platt oder wie auch immer macht er was anderes drauf ich schicke die kiste zu weil sonst bin ich ganz ehrlich reiß ich den ganzen kabelbaum wieder raus ich habe noch anderen kabelbaum da den kaufen mit 2,2 bar steuergerät auf alte schule und dann geht's voll gas weiter damit also ich hätte jetzt nicht gedacht dass es so scheiße kompliziert ist und mich nervt das so ein bisschen frei programmierbar gibst du voll geld aus und hast du dann eine freie kiste aber gar nichts hast du eigentlich frei ganz im gegenteil die ganze kiste ist komplett passwort geschützt und du kannst gar nichts machen habe ich aber auch verständnis für wie gesagt der muss ja seine software schützen aber für mich ist das doch doof man kauft da freie schule und im endeffekt kannst du gar nichts frei machen dass genau so dicht gekleistert wie die ganz normalen steuergerät hier guck mal das zum beispiel auch so steuergerät das alte schule alte steuergerät vom tdi beim vr6 sitzt der hier nicht bei der unterdruck fräht so und mehr ist das nicht so dann kannst du dir aufmachen und können wir hier rein gucken ja so ihr könnt ihr zum beispiel sehen hier sitzen die beiden chips die proms das sind die vom diesel hier sieht man zum beispiel das steuergerät war nicht geöffnet wurde nicht umgelötet die original chips sind noch drauf wenn dort andere chips drauf kommen dann gibt es zwei möglichkeiten entweder sieht es wieder so aus wie jetzt dass man sie direkt auflötet oder man lötet halt so adapterschuhe da drauf dass man die rein und raus machen kann so und das ist geschützt da hat gockel sein passwort drauf dass man hier auf diese proms dass man nicht auf das steuergerät zugreifen kann sondern passwort braucht also ist das ja nicht frei programmierbar nur für turbo gockel für mich ja nicht ich kann da frei gar nichts dran machen für mich ist das genau dasselbe wie das hier geschlossen da kann ich nichts dran machen und ich würde so gerne launch control ausprobieren und ich würde so gerne andere sachen anzeigen ich würde gerne irgendwelche einspritzdüsen noch noch mit anklemmen und was weiß ich nicht also wenn jemand dieses video guckt und irgendjemand ahnung hat von emu classic emu black manjunge melde dich bei mir ich brauche da ein bisschen unterstützung so wie ich was mache und wo er mir ein bisschen was erklären kann so ich kann auch viel gelesen aber ich sag mal wenn er erklärt ist dann ist das immer noch ein bisschen was anderes und das würde ich ganz geil finden wie gesagt kriegt das steuergerät wieder ohne passwort und mit einer abstimmung drauf und dann geht es weiter dann werde ich mich daran rumfummeln und wenn das dann kaputt geht dann ist das halt kaputt aber ich sehe das nicht ein ihr müsst ja auch mal überlegen jungs 1000 euro die abstimmung der wagen muss noch folge tankt sein der wagen muss noch auf dem trailer ich muss mit nico noch 1200 kilometer fahren und 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 also ich sag mal diese ganze geschichte würde nachher irgendwo bei 2000 2500 euro liegen mit der abstimmung und soll ich euch ganz ehrlich sagen wissen weil ich jetzt bezahlt habe mit einer mit einer feil die da oder feil wie sich dann oder matt die da drauf kommt dass er auf jeden fall fährt mit geht die 35 mit den düsen ist eine grund abstimmung die er mir da drauf spielt und das ganze ding einmal komplett flash und ich muss da nichts dran machen jungs sage ich euch ganz ehrlich die ganze geschichte habe ich 50 euro gekostet auch von einem namenhaften tuner so brauchen wir nicht lange rumreden 50 euro und weil sie nicht zweieinhalb tausend euro oder 2000 euro steht in gar kein verhältnis so wenn alle stricke reißen habe ich da halt wieder da rein alte schule 2,2 bar ein bisschen runter drehen auf 1 8 feuer frei so ende so würde ich das sagen aber nicht hier sinnlos geld verbrennen ich finde das ist eine stange geld für 1000 euro und würde ich auch niemals machen als ich das gehört habe so ich habe mir so im kopf gedacht so auf 500 600 mit bauchschmerzen ja würde ich würde ich investieren ja doch würde ich machen aber bei 1000 ohne dass der wagen noch nicht da ist ich muss noch für verpflegung ich muss noch sprit ich muss noch trailer ich muss noch alles mögliche machen und dann kann vor ort ja auch noch wird sein und dann geht das ja nur ins unermessliche und das wollen wir nicht der ist übrigens auch verkauft die ganze kiste also wie gesagt ich habe jetzt privat über facebook über die emu gruppen oder ecu master classic egal wie habe ich einen typen ausfindig gemacht der mir direkt freundlicherweise sofort unter die arme gegriffen hat und hat gesagt ja klar kein problem bau man ab schickt man her mal fertig ich sag was chris wird der 50 mark und bisschen werbung sag ich astreiner typ sag ich für dich mache ich sofort werbung auf meinen kanal gar kein ding also wenn das alles so geklappt hat wie wir uns statt hier vorstellen dann kriegt er auf jeden fall richtig fette werbung von mir dann machen wir auf jeden fall klar weil er kennt sich damit aus und dann machen wir hier richtig folge aus so jungs aber jetzt machen wir erst mal das fertig bauen doch mal ein und gucken uns daran bis gleich jungs ja jungs den kühler habe ich schon wieder reingeschraubt von vorne sieht das jetzt so aus mit schön dicke unterlegscheiben damit er nicht durchreißen kann schön festgemacht auf vier punkte die sind auch super leicht das sind was plastik von hinten sieht es jetzt so aus ja ich habe hier so schöne spannmuttern aber noch halt selbstsichernde drüber jeweils hier ein bisschen kurz aber macht nichts das passt auch alles hundertprozentig alles schön weggeflex hier den ganzen kreis sind die beiden lüfter drin die werde ich noch schön aneinander machen wird die schön verlegen hier oben hin so und wenn wir jetzt gucken dann haben wir richtig platz ich werde jetzt meinen ladeluftkühler wieder vorsetzen der steht nämlich da und dann gucken wir uns das ganze paket mal an wenn das da gleich vorsicht ich bin gespannt wie viel platz wir haben zeit gespannt bis gleich hast du schon hallo gesagt nicht nein nicht an den kühler weißt du ja jo feinde so weiter geht es hier im takt ja 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 geile nummer wenn wir die platz haben naja jungs ich muss fertig bauen wir sehen uns so jungs das kühler paket ist fertig könnt ihr sehen die spar lüfter dahinter so kann man durch den kühler echt durchgucken ja was vielleicht für euch auch interessieren würde ist zum beispiel welche sorte von lüfter brauche ich überhaupt das kann ich euch ja auch mal erklären guck mal hier ist zum beispiel die variante jetzt hinten ich habe die kühler die lüfter hinterm kühler das bedeutet variante saugend dann gibt es noch die variante die vorne vorgeschraubt wird die ist dann natürlich blasen hört sich zwar doof an ist aber so wenn man kann auch hier die kühler die lüfter vormachen aber hier hätte ich zu wenig platz könnte man das sehen viel zu wenig platz nun mal so als info dann gibt es hier in verschiedenen größen das sind motorsport lüfter nennen die sich spahl mehr gibt es auch von anderen herstellern sondern was habe ich gemacht ich habe mir einen zollstock genommen sowie hier bin zu den kühler hingegangen hat mir den kühler so vermessen v6 kühler habe gemacht so so ungefähr 60 61 ich sag mal der ist so 63 dann habe ich die höhe noch genommen der ist ungefähr 41 5 bis 42 hoch und dann habe ich geguckt welche größe ich an lüftern kriege und dann habe ich zwei 28 lüfter gekriegt und habe noch ein bisschen platz und bisschen luft dazwischen und funktioniert 1 habe ich schon oft so gemacht nur mal so als kleiner tipp es gibt es auch noch viele übertreiben auch man kann auch hier noch zwei vorsätze so einfach gefährlich aus vielleicht mache ich das ja auch noch der bringt zwar nicht viel aber so ein bisschen für die optik so zwei dinger da vorne auf dem kühler wäre auch sexy wenn die da unten so ausgucken schade dass das wetter so blöd ist ich möchte gerne den smart weitermachen so jetzt werde ich aber wahrscheinlich wieder meine heizung holen hier ein tor zu weil er soll auch fertig ich will den ja auch weg haben von hier der heizung muss jetzt nicht zwingend aber ich will das projekt natürlich abgeschlossen haben das wäre für mich ganz cool wie gesagt eine stelle hinter der heckler das habe ich aber schon beim folieren gemerkt das kann nicht halten und tatsächlich das hält auch nicht kein stück das geht immer weiter zieht sich das zurück aber egal noch mal ich stecke das ding da mal eben vor und dann hier gucken wir uns mal den abstand an die unterliegscheibe weil ich den motor vorne ein bisschen höher geholt habe mit zwei scheiben damit das da passte und dann will ich jetzt gleich einen unterschied sehen also bis gleich so jungs was habe ich noch wieder getauscht die drosselklappe klar ich habe diese hier die ich zwar aufgedreht aber hier so ein bisschen oval wäre jetzt nicht ganz so wild gewesen hätte ich mir wieder ein bisschen hingedenken aber da ich jetzt ein bisschen mehr platz hat habe ich natürlich die wieder eingebauen die große das ist ja auch der ganze plan vielleicht alles wieder so fahren kann wie ich das gerne hätte jetzt werde ich das ding mal im vorstecken mit zwei schrauben fixieren und dann gucken wir uns mal den abstand an und ich hoffe da passt was ich mir da so ausgedacht haben wir werden sehen und wenn nicht dann werden wir das auch sehen jungs ich kann auch eins sagen es ist mega geil ich habe richtig platz guckt euch das an alles weg der motor kann voll sauber arbeiten da wird nichts mehr gegen kommt hundertprozentig ich habe hier oben alles weggenommen komplett auf spar lüfter umgebaut hundertprozentig aber ich bin auch klitsche nase den habe ich auch schon drauf auch neu jetzt werde ich mir dann was bauen dass wir hier runter kommen wir fehlen noch zwei adapter die kommen weil sonst würde der wagen auch schon wieder laufen geile nummer ich komme ich richtig gut an oder prozentig da gucken wir mal hier habe ich noch ein bisschen spiel drin der liegt jetzt da unten auf das liegt daran weil ich den noch ein bisschen kürze muss und dann schauen wir mal wie weit wir hier noch ein bisschen rum können dass ich so ein bisschen hier noch sitze mit nur ein bisschen mehr bisschen mehr luft hat ganz klein bisschen mehr möchte ich aber die ganze polenstaub ist hier überall reingeflogen in die kiste alle schläuche voll ja jungs was habe ich jetzt noch gemacht das habe ich noch gemacht hier sind noch reste drinne die bräuchte hat hier schauen wir mal so reingeflogen in einer hand natürlich nicht einfach aber nichts ist unmöglich nur aufpassen da oben liegen bleibt und wenn zur not schnell genug fangen das thema hier muss noch anklären habe ich abgas temperatur drinne ladedruck anzeige und ich glaube öl druck ist hier noch frei und den rest habe ich ja hier über tablet und emu und sieht es auch noch wieder ein bisschen süß aus wie gesagt aber auch nur wegen diesen anzeigen hier halten habe ich so gekauft damit drei löser rausgenommen und in der anzeigen verwandelt wir gucken uns auch noch mal von der anderen seite an hier sieht doch ganz schick aus aber das regnet und regnet und regnet und regnet und regnet und regnet und dann einfach nur im zwei spar lüfter ein bisschen umgebaut ein bisschen abgeflext 1a ich wollte mir ersparen aber es blieb mir nicht erspart schade ja machen wir noch irgendwas wir können nichts machen wo sind wir jetzt keine ofen aufräumen kann ich höchstens noch ein bisschen das war es aber dann auch jungs ich verabschiede mich haut rein viel spaß beim video wir sehen uns